Ich bin mir sofort geschlagen. Also seit ich die Linne stehen lasse, geht das viel besser. Ich habe sie am Anfang immer ins Platz gelegt und da hat sie mir viel mehr Stangen gerissen, als wenn ich sie jetzt stehen lasse. Und sie steht auch sicherer, habe ich zu. Da ist mein Akku leer. Die schlägen so, mach mal.